Heute sprechen wir mal über Klassiker im modernen Gewand, über Remakes also. Und ja, fünf Vertreter dieses Genres, die mich sehr begeistert haben, möchte ich euch in diesem Video jetzt einmal kurz vorstellen. Tag zusammen und herzlich willkommen im Myrkus Kosmos. Ja, heute reden wir also über Remakes, über Spiele, die also ursprünglich mal für die Boomer-Generation oder vielleicht für die Generation Golf erschienen sind und die dann ein schönes Remake spendiert bekommen haben, sodass sie auch vielleicht Anhänger der letzten Generation, wie sie sich immer so dramatisch nennen, unter anderem für die jüngeren Generationen quasi dann auch nochmal so zugänglich sind. Und die alte Knacker, wie ich, dann so auch nochmal entweder nachholen durften oder nochmal im neuen Gewand erleben durften und da eine Menge Spaß dran hatten. Über die möchte ich heute hier in diesem Video mal so ein bisschen sprechen. Bevor ich das tue, möchte ich aber darauf hinweisen, dass ich vorher schon ganz viel gesprochen habe, was jetzt kein überrascht, der mich kennt. Aber, nee, ich habe tatsächlich mal wieder einen Vlog aufgenommen. Ich habe ja noch einen dritten Kanal, wo eigentlich so Broadcast-Yourself-Content drauf kommen sollte, wo jetzt schon lange nichts mehr passiert ist. Aber, wie gesagt, ich habe es tatsächlich gestern mal geschafft, da einen Vlog hochzuladen bzw. aufzunehmen. Und ich hoffe, dass ich den jetzt, wo dieses Video erschienen ist, dann da auch schon hochgeladen habe. Aber so checkt gerne mal meinen dritten Kanal Laberalarm aus und guckt euch gerne den Vlog da mal an. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt aber auch mal mit dem Thema des heutigen Videos an. Und wir starten hier gleich mal mit. Ich meine, es sind eigentlich alles wirkliche Klassiker, wenn ich mir mal die Auswahl hier so anschaue, die ich hier so vorbereitet habe. Aber wir fangen mal mit dem ersten Klassikern an. Ja, Plural tatsächlich, genau. Weil wir nämlich jetzt hier eine Remake-Collection tatsächlich haben. Und zwar habe ich jetzt hier mal die PC-Version rausgegriffen, die ich physisch habe. Ich habe es aber auch für die PS3. Und zwar geht es hier um die Monkey Island Special Edition. Hier sind halt drauf The Secret of Monkey Island 1 und Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Und das sind für mich, ja, für viele anderen glaube ich auch so die besten Point-and-Click-Adventure. Gerade so, wenn man jetzt mal so schaut, wo das Ganze dann so seine Ursprünge genommen hat. Ich meine, LucasArts, die haben davor schon auch ein paar richtige Kultklassiker wie Manic Mansion oder Zach McCracken oder so rausgebracht. Jetzt müsste ich eigentlich so ein Button tragen, eine What About Loom. Das ist jetzt schon der erste Inside-Joke quasi von dieser Reihe. Ja, aber 1990 war es dann soweit. Da haben wir dann The Secret of Monkey Island bekommen. Tim Schafer und Ron Gilbert, die waren so federführend quasi für dieses Spiel. Und die haben sich inspirieren lassen tatsächlich von einer, ja, wie sagt man, Disney World Attraktion. Nämlich Pirates of the Caribbean, was dann später auch zu einer sehr bekannten Filmreihe wurde. Und das wurde wiederum inspiriert von einem Buch, glaube ich, von einem Roman. Irgendwie was mit Gezeiten. Ich komme gerade nicht so ganz drauf. Aber auf jeden Fall, da kamen so die Ursprünge her. Und ja, es wurde dann ein absoluter Kulthit. Ich habe das Spiel damals schon geliebt. Ich habe es auf dem Amiga 500 Anfang der 90er zum ersten Mal gespielt. Und habe mich sofort in das Setting und in den Humor verliebt. Und habe dann vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so ganz lange her, dann tatsächlich auch mal mir diese Remakes hier angeschaut. Und die sind auch richtig, richtig gut, muss man sagen. Also da haben sie wirklich alles nochmal komplett überarbeitet. Damals, die Spiele hatten halt noch der Zeit geschuldet, diese Pixeloptik, sage ich jetzt mal. Und halt dieses klassische Scumbar-System, wo du dann halt unten Aktionsverben hattest, die du anklicken musstest. Mit Gehe zu, Rede mit, Benutze und so weiter. Und das dann halt mit deinem Inventar oder irgendwelchen anderen Interaktionsfeatures in der Spielwelt sozusagen einsetzen musstest. Und hier haben wir das Ganze jetzt mit neun handgezeichneten Hintergründen. Es wurde sogar eine Sprachausgabe spendiert. Leider nur auf Englisch, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, eine deutsche Vertonung gab es hier nicht. Aber deutsche Untertitel auf jeden Fall, die man dazu schalten konnte. Aber ansonsten wurden die Spiele halt im Kern komplett so belassen, wie sie sind. Also es sind die gleichen Rätsel, es hat die gleiche Länge. Man geht an die gleichen Locations, trifft die gleichen Leute und so weiter. Aber ansonsten wirklich jeden Stein umgedreht. Und was auch cool ist, das mag ich bei so Remakes oder Remasters auch immer total gerne. Du kannst per Knopfdruck halt zwischen der Remake-Version und der Original-Version immer hin und her skippen. Und dir so halt immer angucken, wie sah es denn früher aus und wie sieht es jetzt aus. Ich war anfangs ein bisschen unsicher, weil ich halt ein großer Fan des Originals bin. Ob das Remake dann auch so den Vibe, so den Spirit von damals noch so in sich trägt. Oder ob mir das dann doch irgendwie zu modern und zu weit weg vom Original ist. Aber das war Gott sei Dank überhaupt nicht so. Das zweite Monkey Island, also Monkey Island Twilight Chuck's Revenge, habe ich mir tatsächlich als Remake noch nicht angeschaut. Das müsste ich eigentlich auch mal machen. Weil ich den ersten Teil als Remake echt richtig gut fand. Und das war wirklich die perfekte Gelegenheit, nochmal auf Mealy Island quasi in die Piratenschule zu gehen. Und sozusagen einen Revisit zu machen. Die PC-Version kriegt man bei Good Old Games. Also einzeln jedes Spiel kostet glaube ich 9,75 Euro, habe ich vorhin gesehen. Diese Collection habe ich vorhin bei Amazon mal entdeckt, so für um die 25 Euro. Also für den PC. Auf Konsole ist es ein bisschen teurer. Ich habe jetzt bei Ebay nicht so reingeschnüffelt. Aber laut Amazon, also ich würde mal so schätzen, so für die PS3 oder Xbox 360-Version so 50 Euro aufwärts wahrscheinlich schon. Also ist schon eine kleine Rarität für die Konsolen. Aber auch eine lohnenswerte Rarität für jede Sammlung, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, dann machen wir mal weiter mit einem Remake für die PS4. Von einem PS2-Spiel, was relativ spät zur Endphase der PS2 erschienen ist. Das war glaube ich in 2006. Und ich habe das Original damals nie gespielt und hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das dann halt so gut 15 Jahre später dann nachholen würde. Ob mir das dann noch so gut gefällt wie das Original damals, wenn ich das zur richtigen Zeit gespielt hätte. Ich hatte nämlich schon mal eine schlechte Erfahrung, was das angeht, habe ich schon ganz oft hier erzählt mit Ocarina of Time. Was ich dann leider nicht so gut fand wie viele andere Leute, die es in der richtigen Zeit gespielt haben. Aber es geht jetzt hier um das Remake von Shadow of the Colossus. Von dem Spiel habe ich schon ganz, ganz viel Gutes gehört. Das ist für viele wirklich ein absolutes Kultspiel und gehört in jede PS2-Sammlung auf jeden Fall. Und ist ja glaube ich das zweite Spiel von Team Ico. Die haben halt vorher Ico gemacht. Fumitu Ueda ist ja der Master oder das Mastermind von Team Ico. Und die haben mittlerweile oder bisher muss man sagen tatsächlich auch nur drei Spiele veröffentlicht. Also wenn ich jetzt nicht was vergesse, sonst berichte ich mich gerne. Aber ich kenne nur Ico, Shadow of the Colossus und The Last Guardian, was das letzte Spiel gewesen ist. Was jetzt auch schon eine ganze Zeit her ist. Also was macht Team Ico gerade? Das wäre sehr spannend zu wissen, aber die haben sich schon immer viel Zeit gelassen für ihre Games. Ico kannte ich damals als Demo für die PS2. Da gab es aber noch die guten alten Demo-Discs. Da hatte ich das mal angespielt oder mir angeschaut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man eine spielbare Demo hatte und fand das schon sehr interessant. Und Shadow of the Colossus hat dem Ganzen dann nochmal so die Krone aufgesetzt. Also das war ja wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und auch von der Stilistik her mal was ganz anderes irgendwie, als so die Sachen, die man sonst immer so im Mainstream präsentiert bekommen hat. Und dann wurde, ich glaube, 2016 auf der E3 angekündigt, dass halt Bluepoint ein Remake von Shadow of the Colossus machen würden, was dann 2018, glaube ich, erschienen ist. Die haben tatsächlich vorher das Spiel schon einmal in einer HD-Version für die PS3 rausgebracht. Auch Bluepoint. Aber hier haben sie dann tatsächlich jetzt ein richtiges Remake gemacht, wo sie dann alle Grafikassets nochmal überarbeitet haben. Sie haben die Steuerung ein bisschen angepasst. Und ich weiß gar nicht, ob sie am Soundtrack, am Score auch noch was gemacht haben. Aber ansonsten so vom Gameplay und von der Spielwelt her haben sie eigentlich nichts großartig verändert. Ja, und das Spiel ist halt wirklich einzigartig. Also ich weiß noch, ich habe dann halt nur das Remake gespielt. Wie gesagt, das Original habe ich mich nicht dran getraut. Und ich weiß noch, als ich dann den ersten Coloss gegenüberstand oder eben am Horizont quasi gesehen habe und immer näher kam und das Ding wurde einfach immer größer. Und dann hieß es halt, ja, okay, den musst du jetzt erklimmen und besiegen. Weil das Spiel handelt ja davon, also wir spielen hier einen jungen Recken, der eine leblose Frau oder ich weiß gar nicht, ob die sogar eine Prinzessin ist, irgendwie wiederbeleben möchte. Und das geht nur, so wird uns zumindest gesagt, indem wir die 16 Kolosse in dieser Spielwelt alle erlegen. Und dann hätten wir halt die Chance darauf, dass unsere Geliebte wiederbelebt wird. Und ja, so begeben wir uns halt durch die Welt, um diese 16 Kolosse niederzustrecken. Und es gibt tatsächlich in dieser Spielwelt auch keine weiteren Gegner. Es gibt nur diese Kolosse halt, die wir zu besiegen haben. Und wir sind dann halt mit Schwert und Pfeil und Bogen und so weiter unterwegs und müssen uns dann immer so die Taktik überlegen, wie erklimmen wir diesen Koloss, wo sind seine Schwachpunkte und so. Und ja, das macht auf jeden Fall schon mal Spaß, weil diese Kolosse sind tatsächlich so lebende, laufende Level in dieser Open-World-Spielwelt, die ansonsten eigentlich relativ leer ist. Was aber in dem Fall ganz gut passt zur so melancholischen Grundstimmung des Spiels. Da passt diese Leere eigentlich ganz gut rein. Aber du hast jetzt kein so ein Open-World-Spiel, was sonst großartig zu Exploration einlädt. Es gibt, glaube ich, noch so Eidechsen, die du sammeln konntest oder sowas. Bin dir mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch schon eine Zeit her, dass ich das gespielt habe. Aber das Remake hat mir richtig, richtig gut gefallen. Dementsprechend habe ich das Spiel dann auch endlich nachgeholt, Shadow of the Colossus. Und bin ein Riesenfan davon mittlerweile. Ich habe das damals auch Let's Played auf meinem alten YouTube-Channel. Ich weiß gar nicht, ob ich das Let's Play noch irgendwo hätte. Ob ich das nochmal irgendwann hochlade, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Remake. So, dann kommen wir jetzt zu dem einzigen Spiel, was ich euch jetzt hier nicht vor die Kamera halten kann. Weil ich es noch nicht physisch besitze. Ich überlege aber tatsächlich, ob ich es mir nicht in die Sammlung holen soll. Und zwar geht es hier um Persona 3 Reload. Das habe ich jetzt, als es in den Game Pass gespült wurde. Das war, glaube ich, sogar ziemlich zu Day One, müsste das gewesen sein. Ich glaube, Anfang dieses Jahres, Januar, Februar oder so, habe ich mich dann da mal rangesetzt. Und es war tatsächlich mein erstes Persona und auch mein erstes Shin Megami Tensei-Spiel überhaupt. Also Persona ist ja eine Auskopplung aus dem Shin Megami Tensei-Universum. Und Persona 3 ist auch relativ spät damals auf der PS2 erschienen. Ich glaube, das müsste auch so um 2006 rum gewesen sein. Ich glaube, das kam auch erst in Japan und ein, zwei Jahre später, glaube ich, dann hier in Europa. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und es gab auch tatsächlich drei verschiedene Veröffentlichungen. Also einmal die Standard-Variante, dann gab es noch Persona 3 Faze. Das war so eine erweiterte Collection, die ein bisschen später kam. Und dann gab es noch mal Persona 3 Portable. Und alle drei Versionen unterscheiden sich halt so ein bisschen durch ihre Inhalte. Es gibt, glaube ich, bei Persona 3 Faze diesen The Answer DLC quasi, wo du dann noch eine weibliche Protagonistin spielen kannst und so. Und ja, wodurch sich Portable jetzt unterscheidet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit Reload dann ein Remake bekommen. Das Ganze wurde jetzt dann optisch ein bisschen angepasst, was die Menüs vor allen Dingen so angeht, an Persona 5, was ja ein riesengroßer Hit gewesen ist. Und für viele vielleicht so als das beste JRPG aller Zeiten genannt wird. Kann man sich drüber streiten, aber ist jetzt keine Nennung, die komplett irgendwie Nonsens wäre, glaube ich. Da kann man sich, glaube ich, drauf einigen. Naja, und ich war schon lange neugierig auf Persona und wollte das immer mal spielen. Ich hatte mir auf der PS Vita den vierten Teil schon mal gekauft. Persona 4 Golden war es da. Persona 5 habe ich mir etliche Male gekauft für die PS4. Zweimal, glaube ich, weil ich habe mir einmal versehentlich die falsche Edition gekauft, die keine deutschen Untertitel hatte. Und dann habe ich mir noch mal die Royal Edition geholt, wo dann auch deutsche Untertitel dabei waren. Und ich habe mir das dann jetzt später auch noch mal für die Xbox geholt, aber auch nie gespielt. Immer nur von vielen Leuten gehört, dass es ein wirklicher Meilenstein ist. Naja, und Persona 3 wird als der schwächere Teil im Vergleich zu 4 und 5 angesehen. Aber dadurch, dass es halt in den Game Pass reingespült wurde, habe ich gedacht, okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit. Guck dir das einfach mal an. Habe ich getan und mir hat es richtig gut gefallen, muss ich sagen, tatsächlich. Also ich habe anfangs ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Es ist ja auch relativ komplex und auch so ein bisschen slow vom Einstieg. Also es geht nicht sofort bam los, sondern musst da erstmal so ein bisschen gucken, was ist denn hier los. Es ist ja auch so eine Mischung aus Dungeon Crawler und Social Sim. Also wenn du dann da an deinem College, hätte ich jetzt fast gesagt, da unterwegs bist und dann soziale Bindungen zu den anderen Mitschülern und so weiter aufbauen sollst. Und dann geht es aber in der Dark Hour dann halt in diese Dungeons rein, in diesen Turm, um da dann halt gegen diese Gegner, die in der Dark Hour dann auferstehen, dann da zu kämpfen und deine Personas, also die du dann für dich da in die Schlacht schickst, dann weiter zu leveln beziehungsweise mit anderen Personas zu kombinieren und zu gucken, was funktioniert am besten und dann immer weiter den nächsten Dungeon und noch eine Stufe hoch in diesem Turm und noch eine Stufe hoch. Das hat schon echt so einen Vibe oder so einen Gameplay-Loop, der echt süchtig macht, habe ich auch bei mir so festgestellt. Ich habe es jetzt nicht so wahnsinnig lange gespielt, weil das, glaube ich, ein Spiel ist, wo du schon so 80 oder 100 Stunden rechnen solltest, wenn du es dann mal durchhaben möchtest. Aber immerhin so 20, 30 Stunden habe ich damit verbracht und kann mir deswegen, glaube ich, eine ganz gute Meinung dazu bilden. Und die Meinung war auch gut. Also mir hat es echt Spaß gemacht und ja, das Ganze hat mich jetzt so ein bisschen in diesem Persona-Universum geöffnet und ich bin jetzt mal gespannt, was das Nächste ist, was ich mir angucke, ob ich mir jetzt vielleicht doch mal Persona 5 angucke oder ob ich jetzt auf Metaphor Re-Fantasio warte, was ja auch von Atlas jetzt Ende diesen Jahres rauskommen wird. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, da mal weiter reinzuschauen, wenn dann die Zeit passt. Das sind halt immer Mammut-Projekte und die muss ich jetzt nicht jeden Monat zweimal haben oder so. Aber irgendwann geht es bestimmt mal wieder in diese Universen quasi. Ja, dann machen wir mal weiter mit einem weiteren Remake, was eine Remake-Welle tatsächlich ausgelöst hat, kann man mittlerweile ruhig mit Fug und Recht sagen. Und zwar geht es jetzt um das Remake von Resident Evil 2. Und das war ja das erste richtig aufwendige Remake von Capcom von einem Resident Evil Spiel. Und mittlerweile haben wir ja jetzt auch schon Remakes zu Resident Evil 3 und Resident Evil 4 bekommen. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt dann ganz straight mit Resident Evil 5 weitergeht oder ob man sich vielleicht mal Code Veronica vorknöpft oder was es da sonst noch so gibt. Oder Revelations könnte man sich noch überlegen. Aber ja, es ging so gefühlt los mit Resident Evil 2, wobei das Ur-Resident Evil auch schon Remakes bekommen hat. Aber die waren jetzt nicht so ganz AAA, glaube ich, so vom Production Value, weil hier hat man tatsächlich seitens Capcom relativ lange dran gesessen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass da um die 800 Entwickler involviert gewesen sind. Also das war schon echt ein großes Projekt und hat auch mehrere Jahre gedauert von der Ankündigung bis zur Fertigstellung. Das kam ja 2019 und ich glaube angekündigt wurde es 2015 oder so. Und ich habe auch gelesen, es war tatsächlich zu der Zeit, als es angekündigt wurde, auch ein Fan-Remake von Resident Evil 2 in der Mache, wo Capcom dann darum gebeten hat. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da sehr juristischen Druck ausgeübt haben, aber dass dieses Fan-Remake bitte eingestellt wird, weil sie halt ein offizielles Remake selber machen wollen. Und dieses Fan-Remake hat auch schon mit der Third-Person-Perspektive gearbeitet, was nämlich eine der großen Änderungen zum Original Resident Evil 2 ist. Das habe ich tatsächlich damals auch auf der PS1 gespielt und fand das richtig gut. Das hat mir damals sogar vom Setting her noch besser gefallen als der erste Teil. Ich meine, der erste Teil von irgendwas und gerade von so einer Kultreihe ist immer was ganz Besonderes. Aber trotzdem, wenn ich die jetzt mal so im Vergleich setze, muss ich schon sagen, bei mir liegt Resident Evil 2 noch eine Nuance über Resident Evil 1. So von dem Kult-Faktor. Ich mochte halt dieses Setting der Polizeistationen total gerne und so. Und ja, habe da eine Menge Spaß schon auf der PS1 mitgehabt und habe mich dementsprechend auch auf das Remake gefreut, weil es für mich dann nämlich auch schon fast 20 Jahre her war, wo ich es gespielt habe. Ich glaube, das Original ist, glaube ich, von 98 und das Remake halt so um 2019. Also waren für mich auch gut 20 Jahre dazwischen. Und plus, dass Capcom hier wirklich jeden Stein umgedreht hat. Also komplett neu die Grafik, die Gesichter wurden gecaptured dieses Mal von echten Schauspielern. Tatsächlich die Architektur der Levels wurde auch so ein bisschen angepasst und auch welche Items wo platziert sind und so. Da wurden halt auch Änderungen vorgenommen. Also es gibt auch, also du kannst das Spiel ja zweimal mit den Hauptcharakteren durchspielen. Du kannst ja anfangs aussuchen, ob du Leon S. Kennedy oder Claire Redfield spielst. Dann kannst du noch, wenn du es durchgespielt hast, dann mit einem weiteren Überlebenden. Ich glaube, The Fourth Survivor heißt, glaube ich, dann diese Episode. Dann spielen mit einem, ich glaube, der heißt Hank oder so und arbeitet sich halt durch die Kanalisation in die Polizeistation vor. Und dann gibt es noch einen weiteren DLC oder eine weitere Episode. Ich glaube, The Tofu Survivor, wo du dann einen riesen Brocken Tofu spielst. Tatsächlich also keine Ahnung, die spinnen die Japaner. Naja, aber auf jeden Fall ein richtig, richtig hochwertiges Remake. Wie gesagt, die Kamera wurde angepasst. Früher hatte man ja diese feste, sich im Raum befindende Kamera und du bist dann halt mit der Panzersteuerung in diesem Raum rummarschiert. Und hier hast du halt eine Kamera, die dir über die Schulter blickt. Und ich glaube, im normalen Schwierigkeitsgrad ist auch das Speichersystem anders, dass du nicht mehr auf die Farbbänder angewiesen bist. Das ist, glaube ich, erst, wenn du den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher stellst und so. Und halt auch die Gegner und so weiter, das wurde alles anders platziert. Und es macht richtig Spaß und war ein richtig, richtig hochwertiges Remake. Kann man, glaube ich, über die Remakes zu Teil 3 und vor allen Dingen auch zu Teil 4 genauso sagen. Und ja, wie gesagt, das hat dann so eine Welle losgetreten. Und ja, ich habe immer noch so ein bisschen das Problem, das hatte ich mit dem Spiel im Original halt auch, wenn halt hier dann der große Protagonist, ich glaube Mr. X oder wie heißt er hier noch, auftritt. Und dich dann quer, kreuz und quer durch dieses Polizeirevier halt jagt. Das ist immer etwas, was mir nicht so behakt, muss ich sagen. Deswegen habe ich es damals auch nicht ganz durchgespielt. Aber habe davor eine Menge Spaß gehabt und müsste es eigentlich mal durchspielen. Das geht ja auch nicht sehr lang. Also ich glaube so in sechs Stunden, wenn du dir nicht zu viel Zeit lässt, kannst du das dann durchhaben, eine Episode. Ja, richtig gutes Remake auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Und das Gleiche gilt auch jetzt für einen Switch-Titel, den ich hier habe. Und zwar handelt es sich hier um einen Remake von dem wohl besten Spiel für den Klassik Game Boy. Ich glaube sogar IGN und irgendwie noch ein paar andere Videospielmagazine haben sich sogar darauf festgelegt, dass dieses Spiel das beste Game Boy Spiel gewesen ist. Jetzt dürft ihr mal so ein bisschen überlegen. Ja, so ganz groß ist ja die Auswahl da nicht. Was könnte das beste Game Boy Spiel gewesen sein? Wovon haben wir denn ein Remake bekommen? Also Six Golden Coins scheidet dann schon mal aus. Ich rede natürlich hier über The Legend of Zelda Link's Awakening. Wann haben wir das denn gekriegt? Boah, da bin ich jetzt gerade fast ein bisschen überfragt. War das um 2020 rum? Oder war das noch vor Pandemie? Weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr so ganz genau. Aber so 2019, 2020 müsste das eigentlich gewesen sein. Ich kenne das Original tatsächlich auch. Ich habe damals ein Game Boy geschenkt bekommen von einem guten Kumpel, den Joshua. Der hatte mir ein Game Boy Color geschenkt. Und da war halt Link's Awakening DX mit dabei. Also die spezielle Variante für den Game Boy Color, die halt kolorisiert war. Und ich glaube, es gab noch einen zusätzlichen Dungeon mit Farbrätseln oder so und einen Photoshop. Glaube ich. Für diesen Printer, den man dann da noch hatte. Glaube ich. Es ist lange her. Nagelt mich da bitte nicht drauf fest. Ja, aber ich habe das Spiel damals auch schon geliebt. Also das war echt erstaunlich. Es kam ja vorher A Link to the Past für den Super Nintendo raus. Und wie viele Features quasi es dann auf den Game Boy geschafft haben. Und auch wie die Grafik so aussah. Wie die Dungeons designt waren. Welche Items du dabei hattest. Also das fühlte sich wirklich wie ein vollwertiges Zelda-Game an. Nur ein bisschen kompakter halt. Und halt ein bisschen anders tatsächlich. Ich habe jetzt auch gerade mal so gelesen, dass die Entwickler damals, als sie das Original entwickelt haben, sich tatsächlich auch so ein bisschen so gefühlt haben, als ob sie so eine Art Parodie von einem Zelda-Game entwickeln. Weil ganz viele klassische Elemente hier halt nicht dabei sind. Also es gibt nicht das Triforce. Es gibt nicht Prinzessin Zelda. Es gibt nicht Hyrule als Spielwelt. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Charaktere aus anderen Nintendo-Games, die hier so Cameo-Auftritte haben und so. Also das Ganze war vom Spirit her ein bisschen anders. Tatsächlich habe ich auch gelesen, dass die sich bei der Entwicklung ein bisschen von Twin Peaks haben inspirieren lassen. Was ich jetzt nicht unbedingt direkt so vermutet hätte. Weil so krass Mystery war es jetzt doch nicht. Wobei die Legende mit dem Windfisch und so. So ein bisschen mysteriös war es dann schon. Naja und dann haben wir halt dieses Remake bekommen. Und ich mag den Look total gerne. Also sie haben ja hier dann auch keinen Stein auf dem anderen gelassen und haben Kokolind Island heißt, glaube ich, die Insel. Oder Kokolind Island. Irgendwie so. Dann auch komplett neu designt. Mit komplett neuen Grafikstimen. In einer richtig schönen plastischen Grafik, wie ich finde. Das ist jetzt auch der gleiche Grafikstil, in dem dieses neue The Legend of Zelda Game sein wird. Was wir jetzt im September, glaube ich, bekommen. Wo wir dann zum ersten Mal Zelda selber spielen dürfen. The Magic Wand. Ne, wie hieß denn das noch? Also jetzt auch egal. Weiß ich gerade nicht so genau. Auf jeden Fall den Grafikstil mochte ich total gerne. Plus, dass das Ganze hier jetzt auch durch die mehr verfügbaren Tasten ein bisschen komfortabler war. Weil du hattest auf dem Classic Game Boy halt nur so ein paar Buttons. Und du hattest so ein großes Inventar mit ganz vielen Items. Und musstest halt ständig die Items wechseln und so. Das ist hier schon mal ein bisschen besser geworden zum Beispiel. Und es gab dann auch noch so einen Zusatzmodus, wo du dann selber Labyrinthe bauen konntest und so. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, muss ich sagen. Aber ich habe das Spiel dann auf der Switch tatsächlich zum ersten Mal durchgespielt. Damals auf dem Classic Game Boy hatte ich das nicht. Auch mangelnds fehlen der Komplettlösung wahrscheinlich. Also ich bin dann in irgendeiner Stätte, glaube ich, einfach in irgendeinem Dungeon nicht weitergekommen. Und habe es dann aber auf der Switch durchgespielt. Und hat echt mega Spaß gemacht. Also es ist halt, das Original ist ein absolutes Kultspiel. Und den Geist hat man hier noch sehr schön eingefangen. Und das dann so ein bisschen in die Moderne geholt. Und es ist halt auch von der Länge sehr angenehm. Also ich habe bei Breath of the Wild und bei Tears of the Kingdom speziell so ein bisschen die Probleme, das dann durchzuspielen. Weil es halt so ein Mammutspiel ist wirklich. Und hier ist es halt ein bisschen kompakter. Ich hatte das, glaube ich, in 15 Stunden durch oder so. Und habe echt eine schöne Zeit gehabt. Und es hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich hatte eigentlich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht. Ja, macht richtig Spaß. Richtig schönes Remake. The Legend of Zelda, Zelda Link's Awakening. Ich würde mich ja schon irgendwie freuen, wenn wir von A Link to the Past auch mal so ein Remake bekommen würden. Wobei das im Original auch immer noch gut zu spielen ist. Kann man übrigens auch über die Originale sagen von den anderen Remakes, die ich hier gerade so besprochen habe. Die ich zumindest selber gespielt habe. Bei Persona 3 und bei Shadow of the Colossus kann ich es nicht selber sagen. Aber bei A Link's Awakening, Resident Evil 2 und Monkey Island, da kann man die Originale auch heute noch immer sehr gut spielen, wie ich finde. Ja, gut, alles klar. Dann sind wir damit fertig. Das waren jetzt 5 Remakes, die mich wirklich restlos begeistern konnten. Ich habe hier im Hintergrund noch so 2, 3 andere Sachen ausgestellt, die ich auch sehr gut fand. Die ich eventuell auch sonst mit ins Video genommen hätte. Hier Gears of War, die Ultimate Edition habe ich nachgeholt. Damals Gears of War, das hat mir gut gefallen. Ratchet & Clank, das Remake. Wobei das fast schon ein Reboot ist. Also das ist so ein tricky Mix, sage ich jetzt mal. Oder die Crash Insane Trilogie, wobei man sich da streiten kann, ob das nicht ein besseres Remaster ist, anstatt ein Remake. Also es gibt da noch einige Sachen. Und ihr dürft mir natürlich auch noch mal so ein paar Sachen in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch mal so die etwas geheimeren Tipps, sage ich jetzt mal. So etwas Hidden Jam mäßig von Remakes. Wo ihr sagt, also das ist auch ein gutes Remake. Guckt ihr das mal an. Ich glaube, das Remake von 13 wird da nicht genannt werden. Das ist ja, glaube ich, eher so ein Negativbeispiel. Aber Dead Space soll auch ein sehr, sehr geiles Remake geworden sein, zum Beispiel. Und da gibt es bestimmt noch viele andere Sachen, die man nennen könnte. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal, also ich habe ja immer viele Ideen, aber ich werde irgendwann bestimmt mal ein ähnliches Video dann machen, wo ich dann mal über Remaster spreche. Oder Reboots, habe ich mir schon so überlegt und auf meine Ideenliste geschrieben. Weil ich das eigentlich ein ganz spannendes, interessantes Thema finde. Gut Leute, alles klar. Dann bin ich jetzt hier fertig. Ja, ich sage mal ganz lieben Dank, dass ihr hier reingeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit diesem kurzen, knackigen Video hier. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Schaut, wie gesagt, auch gerne mal auf meinem Laberalarm-Channel vorbei. Wenn ihr Bock auf einen kleinen Vlog habt und mal so ein bisschen Privateres von mir hören möchtet, dann guckt da mal rein. Den findet ihr in der Videobeschreibung sonst und vielleicht verlinke ich das auch, wenn ich auf Zack bin. Also wahrscheinlich nicht. Gut, alles klar. Also, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch was. Genießt das schöne Wetter. Ich habe jetzt Urlaub. Yay. Ich kann das weiter jetzt auch ein bisschen besser genießen. Und ja, dann bis hoffentlich bald. Sag ich dann jetzt erstmal Tschönen. 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 Tschönen.